ja hallo leute heute ist mal ein ganz ungewöhnliches video und es wird auch sehr kurz sein aber ich habe so ein verlangen dieses zu machen und jetzt werden die meisten sich gleich denken wenn es um das thema geht so was will jetzt der world of tanks youtube heinz der immer irgendwie für gute laune da ist mir jetzt erzählen keine ahnung aber eigentlich nur eine bitte an euch geht wählen klingt das vielleicht total banal und die einen werden sich denken was will er denn jetzt überhaupt aber es war heute mal wieder im stream ein thema ist politik ist was was uns irgendwo alle angeht und am ende des tages ist schwierig oder schade wenn jemand irgendwo sich über alles immer beschwert oder sagt ja eh nichts oder sonstiges wenn er gar nicht beim wählen war wegen ist es mein einziger appell heute dass ihr zum wählen geht mich interessiert nicht welche partei ihr wählt aber zu sagen ich gehe nicht wählen weil es bringt eh nichts bringt am ende des tages nur irgendwann falsch ist die stimme und es wäre einfach schade drum wir leben im land wo wir das als selbstverständlichkeit sehen aber es leider nach wie vor auf der welt keine selbstverständlichkeit ist und ich denke dass wir sehr privilegiert sind der situation wir haben sehr viele parteien die alle für sich sehr unterschiedlich sind viele verschiedene menschen dabei auch abholen und dementsprechend denke ich es wäre das ist sehr sehr sinnvoll sich daran zu beteiligen also nicht auf jeden fall wird das erste sein was am wochen dann passiert sobald dies wahlokal auf ist bin ich dann am start und wie gesagt vielleicht keinem hier in die partei rein sprechen das muss jeder für sich selbst wissen ich zum beispiel habe noch bei dem wahlomat oder bei zwei sogar mitgemacht habe noch geschaut okay vielleicht an die partei die ich im kopf habe nicht die mit der ich eigentlich so bei korbin aber deshalb dann doch gepasst und dementsprechend wird die dann auch gewählt wie gesagt bitte kommentiert jetzt auch nicht von wegen ja hier die partei wenig oder die partei scheiße das ist total wurscht hauptsache ihr geht wählen und ihr engagiert euch dann in der form dass er einfach nur ein doofes kreuz macht er ist es war schon alles was ich heute sagen wollte ist ein sehr kurzes video aber wie gesagt die message ist simpel youtube heinz will dass sie wählen geht gegen macht es und wie gesagt ich würde mich freuen wenn ihr euch da ordentlich beteiligt und wir dann die nächsten vier jahre dementsprechend richtig regiert werden hoffe ich mal also bis dahin macht es gut